Es gibt noch ein Kampf vor uns, Elisabeth. Anders als der, den du gekämpft hast. Es geht nicht um die vage Hoffnung, eine neue Welt zu erschaffen, sondern darum, unsere zu erhalten. Meine Freunde haben eine neue Mission, die Botschaft verbreiten und um Hilfe bitten. Damit kommen sie gut klar. Vielleicht liegt es daran, dass sie immer schon wussten, was ich gerade erst begreife. Dass die Menschen dieser Welt stark genug für jeden Kampf sind. Und schlau genug, um jedes Problem zu lösen. Mutig genug, jedes Hindernis zu überwinden. Und robust genug, um nach jedem Fehlschlag wieder aufzustehen. Was vor uns liegt, ist größer als alles, was hinter uns liegt. Aber ich kann die Angst hinter mir lassen. Denn zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich nicht alleine. Wir schauen euch weiter. Äh! мама ist ähn Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020